Äh, fliegen wir wieder mit einer Drohne rein und besorgen uns den Schlüssel? Lassen sie sich nicht stören. Wieso ist jetzt hier keine Drohne, wenn ich sie brauche? Äh, dann über die Kameras. Keine Ahnung, was passiert ist, okay? Die Server sind im Arsch. Die ganze Operation ist hinüber. Und darum hat sie befohlen, dass alle nach unten sollen? Sie wird sie liquidieren. Habe ich recht? Keine Ahnung. Ich bin lange genug dabei, um zu wissen, dass ich am besten weiß. Nein. Und lange genug, um zu wissen, wann man besser die Klappe hält. Erstmal alles trappen. Oh, hier können wir... Warte, wo sind wir? Kann ich das irgendwie markieren? Haltet die Augen auf und seid wachsam! Ich kann hier irgendwo mit Spidey rein. Da war grad die Tür offen. Da war grad die Tür offen. Keine Ahnung. Äh, wir gucken nochmal. Wo sind denn die mit Schlüssel? Winit Schlüssel. Winit Schlüssel. Keine Chance oder was meinst du? Was meinst du? Dass sie sich wehren? Sich ihren Unterdrückern stellen oder so etwas? Oh, Traum. Noch nicht verzweifelt genug, wa? Die Verzweiflung kommt schnell genug, wenn sie ihnen mit dieser Optik kommt. Nope, sie wurden gebrochen. Völlig. Ist sie grad zum Haupteingang rausgekommen? Hm... Hm... Stopp! Das nützt nichts mehr! Beim SIRS sind ihre Daten sicher. Okay, Fintenbeeten schnitts Kiggs. Also, ich find's grad so recht entspannt. Müsst mich jetzt nicht unbedingt suchen. Hm. Oh. Ist ja am Innenhof, wie soll ich denn da hinkommen? Mit der Drohne reinfliegen? Aber das fällt auf, oder? Können wir überhaupt hier drüber mit der Drohne? Oh, der Innenhof ist überdacht. Ich glaub, das bringt nix. Äh, okay. Wir haben schon ganz gut aufgeräumt, würde ich sagen. So. Warte mal, ich wohne drüber. Ja, der ist überdacht. Ähm. Und hier? Jetzt mal gleich außer Reichweite, oder? Hier steht übrigens eine Drohne. Egal. Okay. Ich glaub, wir können langsam rein... Entschuldigung. Ich glaub, wir können langsam reingehen, oder? Ich glaub, die... Die meisten sind, glaub ich, schon nicht mehr da. Die meisten sind so kräftig. Ja. 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 Ich hab mich kapiert. Ja. Ja, okay. Ja. 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 Einer ist noch da oben. Dein Mamura, hast du heute deine schönsten Absatzschuhe angezogen oder was ist hier los? Was klimperst du so? Sie sind sehr gehorsam, weißt du? Nicht so wie Menschen. Menschen sind faul, oder nicht? Sie tun nicht, was man von ihnen verlangt. Und wenn du ihnen den Rücken zudrehst, versuchen sie dich zu erdolchen. Verdammte Egoisten, was anderes sind sie nicht. Aber Hunde, Hunde gehorchen einfach. Sie haben keine Hintergedanken und keine faulen Tricks im Sinn. Sie leben einfach nur für dich. Loyal bis zum Ende. Einfacher geht's eigentlich nicht mehr. Aber von Menschen einfach nicht zu verlangen, von diesem ganzen nutzlosen Haufen, genießen nur Hunde mein volles Vertrauen. Wieso hat die mit dem Hammer jetzt nicht zugehauen? Die hätte uns jetzt die Arbeit abnehmen können. Ach, scheiße. Okay. Na, wenigstens sind die Chips deaktiviert. Mary hat sich in ihrem Büro unten eingeschlossen. Aber der Hauptrechner kann den Aufzug wieder einschalten. Oh, und es sind Wachen unterwegs, also versuch nicht zu sterben. Grandios. Einfach grandios. Deswegen war hier erst gerade eine Muni-Kiste. Du musst lang genug beim Hauptrechner bleiben, damit ich den Aufzug zu Marys Büro wieder in Gang setzen kann. Die blöden Chips sind kaputt. Ich bin im Büro. Rottet diese Schädlinge aus. Natürlich ist das hier außer Reichweite. Oh, hier ist nicht gut. Fuck, ich stehe hier völlig ungeschützt. Peter ist tot. Schafft eure nutzlosen Ärsche her und tötet diese Kakerlaken. Geh um die Ecke, Jura. Was für ein Geschütz? Macht doch einen scheiß Job! Was für eine Scheiße! Oh, nichts. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Schluss mit Spielchen! Die versteckt sich hinter der Vase. Unglaublich. Erledigt. Die Aufzüge laufen und du kommst jetzt in Marys Büro. Und Inspektor Lau meldet sich. Sie ist nicht gerade glücklich, fürchte ich. Das Hack. Was zum Teufel tut ihr da? Wir hatten... Reicht als Schießpart, oder? In der Mission. Müsst jetzt nicht noch mehr schießen, bitte. Na los! Ich brauche keine Mikrochips, um euch Arschlöcher in die Organe rauszureißen! Oh! Gott! That's sick, nicht wahr? Na, euer Timing ist gut. Die Cops kommen, um dich festzunehmen. Oh, das nehme ich an, Schätzchen! Alle stehen bleiben! Zurück von ihr! Mary Kelly. Sie sind verhaftet. Bitte schön, Inspektor. Ich vertraue auf die unendliche Gnade des Gerichts. Aber rechnen Sie lieber nicht zu lange mit mir. Ihr? Ich habe euch einen Sinn gegeben, als diese Stadt euch nicht mehr wollte! Wir werden uns schon bald wiedersehen. Stimmt die sich jetzt selber? Ihr glaubt doch nicht, dass ihr euch abschaubt, ihren heiligen Gral überlässt! Wen beschützt du? Das System oder das Volk? Versprich es! Versprich uns, dass sie nicht davon kommt! Oh, jetzt müssen wir wieder entscheiden, wie bei Sky Larsen. Wir töten sie. Wenn wir wählen können. Toll, Caitlyn! Was für eine Puppe! Los! Ich kümmere mich darum! Na gut, immerhin war es jetzt halt nicht Caitlyn. Ich dachte, Caitlyn ist sie jetzt gehen. Tja, der Zeig. Euer Wunsch hat sich erfüllt. Mary kann jetzt nicht mehr fliehen. Ich wollte das auf die korrekte Art machen, aber nach allem, was ich gesehen habe, konnte ich sie wohl nicht am Leben lassen. Sie hat es verdient, Lau. Und es ging nicht anders. Wegen all der Leben, die sie zerstört hat. Wegen Angel. Es war richtig so. Wenn Leute wie Tiere behandelt werden, zeigen sie irgendwann die Zähne. Scheiß auf Mary Kelly. Das hatte sie verdient. Ich weiß nicht. Das war eine Form von Gerechtigkeit, aber nicht meine. Zumindest habe ich das so gesehen, als wir angefangen haben. Auch wenn die Königin tot ist, werden viele ihrer Clan Kelly untertanen ihre Arbeit fortführen wollen. Da hast du recht, Bagley. Ich sperre die Ohren auf und wenn ich von weiteren Clan Kelly-Tricks höre, erfahrt ihr es als Erste. Ihr seid gute Partner, DedSec. Machen wir weiter so. Oh, waren bloß drei Missionen, dieses Kapitel. Okay, dann gehört... Dann ist das... Nächste vielleicht vier. Zumindest haben wir halt schon drei Missionen geschafft. Ich habe von Hamish gehört, dass Nigel Cass plant, bei einer Pressekonferenz ein ganz fieses Projekt vorzustellen. Und warum zum Donner sollte mir das gefallen? Albion hat doch immer irgendeinen dreckigen Plan. Weil Hamish seinen Albion-Kontakt überzeugt hat, mit uns zu reden. Anscheinend war da einige Überzeugungsarbeit notwendig, weil Radu etwas exzentrisch ist und in letzter Zeit ist er wohl besonders nervös. Aber er hat Insider-Informationen, die wir brauchen können. Das Treffen ist beim Drowning-Post. Ich hätte nichts gegen den Drink, während wir planen, wie wir Nigel Cass die härteste Abreibung seines Lebens geben. Jetzt geht es nämlich um Nigel. Wir haben ja hier unsere Gegner. Wir hatten hier Sky Larsen. Die haben wir als erstes gekillt. Das ist der Malik-Typi. Mary Kelly. Jetzt haben wir noch Nigel Cass und Zero Day. Jetzt haben wir die Mission um Nigel Cass. Oder das Kapitel. Läuft gut. Ja, ich freue mich auch. Ich bin gespannt, wie weit wir heute kommen. Aber... Läuft gut. Gut. Äh, wo müssen wir hin? Ich habe heute übrigens gelesen, Chad. Ich habe keine Angst vor dir, du Depp. Ich habe tatsächlich gelesen. Ich habe keine Angst vor dir. Ich hoffe, du filmst dir. Du bist nichts weiter als ein kleines Stück Dreck, was? Na gut. Haus am Strand stelle ich mir jetzt ein bisschen schöner vor. Ob wir gleich noch Boot fahren müssen in irgendeiner Mission. Wir waren noch nie gezwungen, Boot zu fahren. Warum macht Mora Kniebeuge? Wie kann das denn? Er sagt, ah, ich weiß es auch nicht. Ah, ich habe tatsächlich gelesen. Ich habe tatsächlich nur gelesen, weil ich muss. Also ich habe... Ich war gestern tatsächlich draußen. Und war bei vielen Mann, habe mir eine neue Brille ausgesucht. Also, das ist E-Test und neue Brille. Und danach bin ich bei uns in die Bibo. Und habe mir einen neuen Ausweis machen lassen. Weil ich habe meinen mal vor zig Jahren verloren. Weil ich ein E-Book aus der Onleihe brauche. Als Reihenvervollständigung. Und das will ich mir aber jetzt nicht auch noch kaufen. Und da brauchte ich ja einen neuen Bibo-Ausweis. Und das habe ich gestern gemacht. Mir war es dann aber zu doof, mir den neuen Ausweis ausstellen zu lassen und dann nichts auszuleihen. Also habe ich einfach ein Buch ausgeliehen. Und da habe ich heute schon 300 Seiten gelesen. Mir fehlen bloß noch 80. Gott sei Dank nicht so... Hier ist es. Wo ist unsere Ratte? Schlechte... Nachrichten von Hamish. Sein Kontakt verspätet sich. Also mach es dir ruhig bequem. Erst mal saufen. Dann gleich 300. Ja, das Problem ist ein bisschen... Mir gefällt das Buch nicht so sehr. Ähm... Das heißt... Ich will nicht sagen, ich lese es quer, aber ich lasse halt hier und da mal eine Zeile wegzulesen. Ich dachte mir, nehme ich, ich nehme mir ein Buch von Romy Hausmann mit. Die hat ja Liebeskind damals geschrieben. Das war ja super gehypt. Jetzt gibt es eine Netflix-Serie dazu. Ähm... Und sie hatten von ihr zwei Bücher da. Und ich habe Martha Schläft mitgenommen. Aber... Es gefällt mir halt leider nicht so. Es sind mir zu viele Zeitsprünge. Und ich habe teilweise immer noch nicht so ganz verstanden, wie die Charaktere zusammengehören. Nach 300 Seiten. Ähm... Ja. Und ich glaube, dass... Weil es ist ja ein Psychothriller. Ich glaube, dass... Die Auflösung am Ende... Ist für mich schon klar. Also ich glaube, ich weiß schon... Was am Ende passiert. So. Und das ist gerade so... Ja... Ich glaube, ich werde das auch heute nach dem Stream direkt noch hören. Beenden. Weil jetzt, wenn ihr bloß noch 80 Seiten jetzt fehlen... Nein, kann ich jetzt die Ohr noch lesen. Ich schaffe bloß meine Sinne, Bagley. Der Angriff fand statt als Airbnb-CEO Nigel Cass, eine neue Sicherheitsinitiative... Dreh mal lauter, Mann! Das nun folgende Videomaterial könnte für manche unserer Zuschauer verstörend sein. Ohne ihre Bemühungen gäbe es diese Kontrollpunkte nicht. Vorsicht! 43C! Angriff über die rechte Seite! Gezieltes Feuer! Gezieltes Feuer! Du Lügner! Du verdammter Lügner! Du wirst uns alle umbringen! Die Behörden haben sich noch nicht zum Vorfall geäußert. Im Gegensatz zu Cass. Ein Angriff auf mich und meine Männer ist eins. Wir können mit diesen Monstern umgehen. Aber ich werde keine zivilen Opfer dulden. Diese Stadt verdient Frieden. Ich verspreche, London. Wenn wir so weitermachen, werden diese Angriffe nicht aufhören. Aber das müssen wir nicht dulden. Aus Angst in unseren Häusern bleiben. Verbrecher. Terroristen wie diese. Sie können gestoppt werden, bevor sie anfangen. Und genau das habe ich vor. Polizei und Politiker haben aufgehört, für euch zu kämpfen. Aber ich werde das nicht tun. Vielen Dank. Genau meine Rede. Cass sollte hier das Sagen haben. So ein Schwachsinn. Er ist doch bloß ein gieriges Arschloch. Nigel Cass ist der Einzige, der sich um die Stadt kümmert. Idiot! Ey, auseinander! Bleib zivilisiert! Scheiße! Sagt mir, dass ihr euch mit meinem Kontakt getroffen habt und er nichts mit der Sache zu tun hatte. Dein Typ ist nie aufgekreuzt, Hamish. Aber jetzt, komm. Das war eine Show. Und Cass ist der Regisseur. Sein Monolog war 100 pro nur gekünstelt. Wir sollten mal ein bisschen am Anschlagsort rumschnüffeln. Du raffst es echt nicht. Radu ist in letzter Zeit alles andere als stabil. Schwätzt jede Menge dummes Zeug, das jemand Cass aufhalten muss. Um jeden Preis. Das Timing ist auch verdächtig. Cass verkündet diese neue Sicherheitsinitiative und wird dann in der Öffentlichkeit angegriffen? Niemals. Ich hoffe, ihr habt recht und Radu ist nicht durchgedreht. Also ich finde ja, das fand ich schon, als ich bei Julia, äh bei Julia, bei Susi zugeguckt habe. In diesem Fernsehbeitrag hört man extrem, dass Gronk den synchronisiert hat. Also an sich fällt es einem auch so schon auf, wenn man es weiß. Aber in dieser Cutscene, in diesem Fernsehbeitrag hört man das so extrem, dass es Gronk ist. Aber ja, das ist der Typ, der bei der Besprechung einfach den einen erschossen hat. Ja, das ist der, Julia. Wir haben relativ lange jetzt nicht von Nigel Cass gehört, aber den gibt es immer noch. Tatsächlich. Aber nicht mehr lange. Hm, na egal, fahren da kurz hin. Ist nicht so weit. Ich durchsuche das Gelände. Ich hab's noch gesehen. Nix passiert. Warum läufst du nicht? Äh, ich wollte gerade fragen, Susi, hast du denn jetzt schon Spider-Man angefangen? Und wie weit bist du heute gekommen? Ich würde ja gerne mal so Bus steuern. Aber da muss ich den Busfahrer rausschmeißen und dann werde ich wieder gesehen. Ja, der fährt in die falsche Richtung, der Bus. Der auch. Aber ich würde gerne Bus fahren. Ich kann nicht damit selber fahren. Ich kann den nur so steuern. Das ist ja doof. Nichts angefangen. Ja, hast meine Frage beantwortet. Guck mal, hier ist der Opa zu deiner Oma. Weder Deckung noch Sprint. Oh, wir können hier, glaube ich, als Elvien... Wir zählen uns mal kurz um. Beziehungsweise wechseln den Agenten. Ups, der... Weiß ich nicht. Also stand nicht da. Weiß nicht, müsste das dastehen? Aber der ist so gelaufen wie deine Oma. Gut, eigentlich ist es jetzt auch blöd, weil hier vorne steht direkt einer. Hier wurde Nigel Cass angegriffen. Aber, Überraschung, seine persönliche Schläger-Truppe hat das Gebiet schon gesäubert, um die Beweise zu beseitigen. Warum so schnell alles beseitigen? Cass will irgendwas verbergen. Kann sein. Wenn du nach Hinweisen suchst, könnte ich den Angriff in Augmented Reality rekonstruieren. Du bist besser als ein Schweizer Taschenmesser, Bex. In der Nähe gibt es ein CTOS-Datenrelais. Da wird es die Daten geben, die ich brauche. Okay, wird gemacht. Sobald es neue Fakten gibt, werden wir sie informieren. An sich sind wir schon am richtigen Eingang. Aber der Typ da stört mich. Okay, aber... Hast du keine Augen gekommen? Oh Mann, das ist ja ekelhaft. Ich geh schon. Ah, was? Der muss pupsen und hiksen, sonst passt er nicht okay. Ich glaube, der hat aber nicht gepupst. Ich brauche ein paar mehr Daten, wenn ich die Szene in Augmented Reality rekonstruieren soll. Stress mich nicht. Ich muss nur kurz gucken, wo ich lang gehe, ohne dass ich zu nah an den anderen bin. Ah, hier ist übrigens eine Treppe. Special Breakfast. Befehle Autorisierungscode. Delta November Charlie 001. Autorisierungscode? Geschäftsführer Nigel Cass. Zonsupervisor Harris. Die geplanten Maßnahmen werden nicht ausreichen. Sicherheitsbereich einrichten. Scharfschützen auf den umliegenden Dächern. In Sicht. Jeder Störenfried soll ab... Das sollte reichen. Geh zurück zum Tatort, um dir die Rekonstruktion anzusehen. Warum steht da jetzt plötzlich eine? Warum steht da jetzt plötzlich eine?